Der Streich wird von Sternhaut, der Linke Seite das sind die Blinder der Alstin. Der Alstin, der gesagt hat, wir auf diesen 1. Dann fahre ich auch in Hamburg auf der Rundstern. Und er lautet ein Streich, die zwei Torben auf der Ex-Seite. Da war das Alstin nach Haus. Dann hinschüttelt auf den Garlene B hier. Das hier habe ich schon alles. Ja, das war ja. Wir haben einen ganz potenziellen Verkehr an den Eintracht auszugehen. Und dann direkt rein, Neuerwald, die ist nur die teuerste Straße, die wir noch heute haben. Und das komische Grün war nah, die Terra, die hat das Bauer auf Fettverbären, die die Kluh dazu gebraucht. Ja, ich bin da.